Adolf Hitler Ich habe deshalb veranlasst, dass die Klöte gesucht wird und zwar überall im Deutschen Reich Millionen Soldaten ließen sich für die Eiersuche vereidigen Ich schwöre bei Gott, wir finden das Ei! Wir finden das Ei! Ein gewaltiger Fackelzug kämmte ganz Deutschland ab, vergebens Hitler tobte, immer öfter musste er Windeln tragen Doch die sogenannten Führer-Fixis machten den Diktator international unmöglich Bei den Olympischen Spielen 36 war es dann soweit Toilette! Wo ist die Toilette? Zu spät, alles ging in die Hose Auch Goebbels war fassungslos Zu Hause ließ der Führer oft einfach nur noch laufen Er hatte keine Kraft mehr Schließlich war er satt Ich muss dauernd wissen Mein Glied wird nicht steif Und deshalb gibt es jetzt Krieg Fazit Hätte der Führer einen guten Klückenarzt gehabt Der Zweite Weltkrieg hätte verhindert werden können Er wird nicht so viel Er wird nicht so viel Er war schief denn? Er er hat mir nicht so viel